Das ist Dage Cranjord und ihr hört auch zu Just Bring It, THE NERD PODCAST! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast und zu einem neuen Retro-Film des Monats. Wir sind wieder in der Nerd-Eck unterwegs und es ist Zeit, wieder über einen Film aus unserer Vergangenheit zu sprechen. Und zwar möchte ich gerne mit euch hier einmal fassend zum First Contact Day, für mich als großen Star Trek Fan, über Star Trek Der Erste Kontakt sprechen. Der zweite Film, der Next Generation Crew, und mein absoluter Lieblingsfilm und ein Star Trek Film. Einerseits, weil ich natürlich ein großer Fan der Next Generation Enterprise bin, mit der bin ich aufgewachsen, also Enterprise D, aufsteigend. Und dazu haben natürlich die Borg hier so den richtig coolen, großen Gegenspieler hat man damit etabliert, die so ein bisschen zwischen Vampir und Zombie variieren. Eher Zombie so ein bisschen, wobei sie ja ein Hive-Gedächtnis haben, das heißt sie sind ja ein bisschen mehr als nur ein Zombie. Und zu dritten, weil der Film halt so schöne Horror-Elemente aufgreift, die man ganz selten in solchen Science-Fiction-Filmen sieht. Jetzt mal abgesehen von Alien, der ja einen sehr starken Horror-Anteil hat. Aber hier hat man vieles wieder von diesen typischen Horror-Elementen mit eingebaut und für den Film genutzt. Außerdem hatten wir am 05.04.2024 den First Contact Day. Und was fällt einem der passende ein? Als natürlich der Film Star Trek Der Erste Kontakt. Ein Film aus dem Jahr 1996, also schon ein paar Jahre älter. Ab zwölf Jahren freigegeben damals, knapp unter zwei Stunden, eine Stunde, 51 Minuten. Und Regie geführt hat Jonathan Frakes. Jonathan Frakes, den ihr auch aus Next Generation als William Riker kennt. Als den ersten Offizier der Enterprise. Und der hat halt jetzt auch schon mittlerweile bei einigen Folgen von Star Trek Discovery Regie geführt. Hat auch bei entsprechend PK Regie geführt. Und Star Trek Discovery läuft ja auch gerade auf, lass mich nicht lügen, ich glaube auf Netflix läuft sie primär. Oder auf Paramount halt. Also ich gucke sie auf Paramount, wenn ich mich nicht irre, gerade mit. Und ich muss auch da sagen, ich bin mittlerweile recht positiv angetan. Weil man ein bisschen mehr zu den Star Trek Werben zurückgekommen ist. Aber da müssen wir an anderer Stelle drüber sprechen. Ihr denkt bitte dran, wir machen ja eine vollständige Spoiler-Besprechung. Das heißt, ein Film, der über 20 Jahre alt ist, den bespreche ich mit allen Inhalten. Und wir wollen auch genaueren Blick auf die Inhalte werfen. Damit wir so ein bisschen wissen, was da passiert ist. Und wir beginnen mit einem Einstieg mit Captain Picard. Gespielt von Patrick Stewart, den ihr auch kennt als Professor X. Aus den alten X-Men-Filmen oder aus dem Film Doctor Strange 2 in The Multiverse of Madness. Und der steigt ein in den Film mit einer Erinnerung oder einem Albtraum von den Borg. Und dann erfahren wir wenig später auch, dass die Borg gerade einen Angriff auf Deep Space 5 durchführen. Und wir erfahren in den Film auch, dass die Borg jetzt sechs Jahre nicht mehr zu sehen waren. Und zwar, es wird ganz klar gesagt, sechs Jahre nach Beginn der Invasion der Föderation. Und das scheint sich zu beziehen auf die erste Folge der siebten Staffel von Star Trek The Next Generation. Da war das nämlich auch mit drin. Ja, im Typhonsektor wird sich dann gesammelt für einen Gegenschlag. Und der Typhonsektor ist ein Sektor in der Nähe der Klingonischen Zone, Klingonischen Grenze. Ist ein Sektor im Beta-Quadrant und grenzt im Westen an den Delta-Quadrant. Und der Delta-Quadrant ist ja der Ursprungsort der Borg. Das haben wir ja in Star Trek Voyager kennengelernt. Was ganz schön hier ist, wir haben direkt den Rückbezug auf die Geschichte von Picard mit dem Borg. Das heißt, es wird auch darauf gesprochen, dass er quasi korrumpiert ist, weil er mit dem Borg seine Geschichte hat. Und er deswegen nicht in den Kampf eingreifen soll. Ja, und Picard hat genau das Gegenteil vor. Er will halt sich einmischen, weil er den Leuten helfen will. Er stellt seiner Crew frei natürlich, sich dagegen zu beschweren, dagegen vorzugehen. Und ja, dann kommt Delta das erste Mal ins Spiel mit seinem aktiven Emotionschip. Und sagt, ja, irgendwie sowas tritt mir den Borg in den Arsch oder sowas in der Art. Gibt ja da von sich, was eigentlich ganz cool ist. Und somit stoßen sie zu der Schlacht hinzu. Die letzte Schlacht an der Erde. Und durch Picards Vorwissen über die Borg-Technologie kann er die Schlacht für sich entscheiden. Und das ist halt wirklich ein richtig tolles Bild, was wir da sehen. Mit den ganzen Schiffen, die gegen das Borg-Schiff vorgehen. Auch hier natürlich Data wieder dabei gespielt mit Brent Spinner, den ihr vielleicht aus Dr. O'Kern aus dem Independence Film auch kennt. Oder aus Next Generation. Und er zeigt ja auf Grundlage seines Emotionschips auch entsprechende Emotionen. Er wollte ja immer menschlich werden, hat dann den Chip erhalten. Und der ist dann irgendwann mit ihm verschmolzen. Und konnte dann nicht mehr entfernt werden. Das kann man in der Ursprungsserie nachvollziehen. Und dann kommt zu der bestehenden Crew Warfieler dazu, der von Michael Dorn gespielt wird. Und den wir sehr oft als Synchronsprecher sehen. Der war jetzt in Dota, Dragons Bloods war ich mit drin. Oder der war auch Battle Beast in Invincible. Also er hat sehr viele Sprechrollen übernommen. Und man merkt direkt wieder, diese Chemie zwischen ihm und Ryker. Denn die hatten ja eine relativ lange Geschichte in Star Trek Next Generation. Nämlich diese Dreiecksbeziehung mit Diana Troi. Und das wird direkt hier so ein bisschen wieder... Es wird nicht angesprochen, aber so ein bisschen diese Stimmung zwischen den beiden merkt man direkt. Ja, Story-mäßig geht es dann in eine Art Zeitreise. Denn die Borg griffen in einen Zeittunnel. Zeittunnel heißt bei Star Trek, wir haben eine temporale Spalte. Die über chronometrische Partikel künstlich erzeugt. Das ist etwas, was die Borg-Sphäre erzeugen kann. Also eine Kugel. Und das Ganze sieht aus wie so eine Art Wolke. Und die Enterprise fliegt damit rein. Und während sie quasi in diesem Zeitwirbel sind, sehen sie, dass die Erde sich verändert zu einem Borg-Planeten. Und die Enterprise hat halt hier die Situation, dass sie die Veränderung sehen, aber selbst nicht davon betroffen sind, weil sie mit in diesem Zeittunnel sind. Nur deswegen passiert hier nichts. Und die Borg-Sphäre, denen sie dann folgen und die sie dann in der Vergangenheit zerstören, ist eigentlich ein Aufklärer, der Borg. Das heißt, damit wollten die mal Technologien ausspionieren. Die wollten neue Spezies finden, die sich lohnt zu assimilieren. Und die hat, um mal so ein Maß zu haben, circa 600 Meter Durchmesser und besitzt 11.000 Drohnen. Da drauf, auf dieser Sphäre, die relativ klein aussieht, im Schiff. Und bevor die von der Enterprise zerstört werden kann, greift die die Erde an. Das heißt, die Enterprise muss ein Team auf die Erde schicken. Das Team wird auch runtergeschickt. Und mit dabei ist Jordi, also der Chefingenieur, spielt von Lever Burton, den ihr vielleicht als Paul Haley aus Perception kennt. Und der ist halt mit auf dem Weg, um das Schiff, also das Schiff für den ersten Kontakt, zu reparieren. Und er merkt, bevor er das Schiff, die Enterprise verlässt, dass es auf einmal sehr warm wird. Das ist so ein kleiner erster Hinweis, weil wir später erfahren, dass die Borgs halt wärmer brauchen. Dann treffen die auf der Oberfläche auf die Phoenix. Die Phoenix ist halt das Schiff des ersten Kontakts. Und die Phoenix ist eine ehemalige Atomrakete. Und das erste Schiff, was je mit Lichtgeschwindigkeit geflogen ist. Und laut Lore von Star Trek steht das im 24. Jahrhundert im Smithsonian. In dem großen Museum in Washington. Washington, D.C. Die sind also auf der Erde aktiv bei der Phoenix. Und parallel dazu treffen halt die Techniker, die sich um die Temperaturprobleme kümmern sollen, auf einen unsichtbaren Gegner. Das heißt, der erste Techniker wird Opfer eines unsichtbaren Gegners. Und seine Kollegin, die nach ihm schauen will, folgt direkt. Ja, und dann stellt sich relativ schnell raus, die Borgs sind irgendwo auf dem Schiff, denn Picard hört ihre Stimmen. Und die Borg übernehmen sehr schnell die Technik der Enterprise. Nur Data kann die Hauptcomputer noch sperren. Und dementsprechend ist es hier halt schon jetzt in der Situation, wo wir eine Invasion eigentlich der Erde gegolten hat in der Vergangenheit, jetzt auf der Enterprise haben. Das heißt, auch da wurde quasi die Ebene übertragen. Das, was die Borg durch die Zeitreise auf der Erde erreichen wollten, wird jetzt auf die Enterprise übertragen. Und der erste Angriff der Borg erstreckt sich dann auf die Krankenstation mit Dr. Crusher, gespielt von Gates McFadden, die er vielleicht als Stimme von Queen Melina aus der Master of Universe Revolution Serie kennt. Und die nutzt quasi das MHN als, ja, als kleines Hilfsmittel, als Rettungsmittel für die Crew. Und das ist genau das MHN, was wir aus Voyager kennen. Was hier einfach mal aktiviert wird und dann dafür sorgt, dass die Borg entsprechend aufgehalten werden, damit die fliegen können. Und dann hatten wir eine kleine Parallelerzählung, immer Enterprise Erde. Auf der Enterprise will Picard den Maschinenraum zurückgewinnen, weil es da eine Möglichkeit gibt, die Borg komplett auszuschalten. Denn bei unseren Warpkernen gibt es noch Plasma-Kühltanks. Und diese Plasma-Kühltanks enthalten eine Flüssigkeit, die alles organisch Material zersetzt. Schlecht für Menschen, aber auch schlecht für Borg. Wichtiges Plot-Device für später im Film. Und so Herr Worf hat sich um die Waffen gekümmert, als Waffeningenieur, ich weiß gar nicht genau, wie der richtige Titel ist. Und sagt, ja, die können sich aber schnell auf die Modulationen einstellen, weil wir ja wissen, die Borg sind halt dafür bekannt, sich immer anzupassen. Es ergeben sich zwei Teams, wir haben ein Team mit Picard, ein Team mit Worf. Und die sind halt dann auf zwei Wegen unterwegs. Und Data wird von Picard darum gebeten, seinen Emotions-Chip zu deaktivieren, weil er Angst verspürt. Ja, und das ist genau das, was ich vorhin erwähnt habe. Bei Treffen der Generation verschmilzt dieser Chip mit Datas positronischen Gehirn, kann deswegen nicht entfernt werden. Deswegen hat er ihn hier jetzt auch aktiv. Aber im nächsten Teil in Star Trek, der Aufstand, ist man dann technisch so weit, dass man ihn wieder entfernen kann. Und Data seinen Emotions-Chip dann auf der Enterprise zurücklassen kann. Das Team hat sich aufgeteilt. Worf findet mit seinem Team die Kuh der Krankenstation, bringt diesen Sicherheit. Dabei kommt heraus, dass Lily, das ist nämlich die Dame, die mit auf der Erde war, die man, weil sie verletzt war, weil sie hat nämlich die Phoenix verteidigt, auf die Enterprise gebracht hat. Die geht dann verloren, die trennt sich von der Kuh, wird gespielt von Alfie Woodard. Und ja, jetzt ist die Frage, was mit ihr dann passiert. Da kommen wir später wieder zu. Beide Teams treffen dann zusammen, also das Team von PK und von Morph, am Maschinenraum und werden dort von den Borg angegriffen. Die passen sich schneller an, als gedacht. Und die Teams müssen sich zurückziehen, werden auf den Rückzug stark dezimiert. Und PK geht sogar so weit, dass er eins seiner Kuh-Mitglieder töten muss, was gerade von dem Borg infiziert wurde, quasi mit ihren Nanobots. Ja, und die können nichts anderes machen als sich zurückziehen. Dabei wird Data von dem Borg quasi gefangen genommen, halt von den Maschinenraum entführt. Und ja, die stark dezimierte Kuh muss entsprechend den Rückzug antreten. Und PK trifft dann auf Lily, muss sich halt für einen anderen trennen und macht sich dann mit dieser gemeinsam weiter auf den Weg ins Schiff. Das heißt, er muss sie erstmal zeigen, wo sie ist, weil sie komplett verwirrt ist. Hat dann eine Waffe, die sie auf ihn richtet, komplett verwirrt. Dann erklärt er ihr, was Sache ist. Die beiden einigen sich darauf, zusammen durchs Schiff zu reisen. Ja, und entsprechend läuft dann die Reise von ihnen, weiter. In der Zeit sehen wir, wie immer mehr Kuh-Mitglieder assimiliert werden. Das heißt, man sieht auch, wie die Gefahr immer weiter wächst. Auch das hat man schön dargestellt. Man hat anfangs die kleinen einzelnen Angriffe gezeigt. Jetzt merkt man halt, wie immer mehr, immer mehr dazukommen. Auch das ist eine wirklich gute Art der Erzählung. Und ja, die Borg werden dadurch sehr übermächtig. Und da kann die Enterprise-Kuh nichts entgegensetzen. Und sie verlieren sehr schnell die Decks 28 bis 11. Dann kommen wir nochmal zu Data, der jetzt bei der Borg-Queen ist. Borg-Queen wird gespielt von Alice Krieger. Und sie verspricht Data genau das, was sie sich immer gewünscht hat. Und zwar Menschlichkeit. An diesem Punkt sehen wir sie noch nicht. Das heißt, wir haben bis jetzt nur so eine Art Voice-Over. Das heißt, sie will die Menschlichkeit geben. Sie will Ordnung ins Chaos bringen. Also in Datas Chaos, in seinen Verlangen, menschlich zu sein. Aber es doch nicht zu sein. Das will sie erreichen. Und sie will die Vollkommenheit schaffen. Dafür sind die Borg da. Das heißt, sie will mit dem Borg Vollkommenheit schaffen, dass alle vollkommen und gleich sind. Und Data sagt halt, das hat nichts mit Vollkommenheit zu tun. Ihr wollt einfach nur alles erobern. Er kann sich dann auch kurzfristig befreien. Wird dann aber an dem, was sie ihm schon an Menschlichkeit gegeben hat, nämlich so eine Hautoberfläche auf seinem Unterarm, wird er verletzt und schützt das auch direkt. Das heißt, er nimmt das schon an, will es beschützen, hat also diesen menschlichen Teil jetzt schon ein bisschen mehr verinnerlicht, weil sein Emotionschip auch wieder aktiviert wurde. Das heißt, er muss jetzt lernen, damit umzugehen. Und dann kommt so eine gewisse erotische Spannung zwischen ihm und der Borg Queen auf. Und ja, das könnte man so ein bisschen als Rückbezug auch zu den Erlebnissen von Data mit Tasha Ja sehen. Denn er sagt, glaube ich, sogar nach dem Motto, ich bin voll funktionsfähig, was er auch in der Folge Gegengift in der ersten Staffel war es, glaube ich, von Next Generation auch gesagt hat. Wir springen einmal auf die Erde. Wir treffen auf den Captain der Phoenix, Zephron Cochrane, gespielt von James Bromwell, den ihr vielleicht als Ewan Roy aus Succession oder als Benjamin Lockhart aus der Jurassic World Reihe kennt. Und er glaubt nicht mehr an die Phoenix und an die Geschichten, die Riker eben erzählt. Auch ein Blick auf die Enterprise, die ihm gezeigt wird und die Erzählung, was mit seiner Zukunft ist, was so alles passiert mit einer Statue und sowas, lässt ihn total ausrasten und abhauen. Und er muss dann mit einem Phaser kurz betäubt werden, um wieder zur Ruhe zu kommen. Und er kann halt weiter nicht mit diesem Ruhm, der ihnen entgegengebracht wird, umgehen. Zum Beispiel wie das, was Reginald Barclay den quasi richtig anbetet, den ihr alle vielleicht noch als Murdoch aus dem A-Team kennt, nämlich gespielt von Dwight Schultz. Das ist für ihn einfach zu viel. Und ja, in dem Zusammenhang, wo er sich dann langsam noch gewöhnt, ja, wir müssen das machen, fängt er an, mehr warm zu werden mit den Leuten und sagt dann auch zu Jordi, glaube ich, so, ich muss mal eben schiffen. Einer der bekanntesten Zitate, was wir hier aus Star Trek First Contact haben. Man muss natürlich hier sagen, wie Cochrane damit umgeht, das ist ja so ein urmenschliches Ding. Da werden wir mal drei Möglichkeiten, auf Wunderwartes zu reagieren. Wir können erstarren, wir können kämpfen oder wir können fliehen. Bei ihm ist es so dieser Fluchtgedanke. Er will halt weg von dem, was da gerade passiert. Und es ist, wie gesagt, vollkommen nachvollziehbar. Ich finde auch schön, dass man sich da einen Weg ausgesucht hat, dass der halt nicht direkt sagt, ja klar, ich will hier der Berühmteste, der Berühmten sein und so weiter, sondern dass es Menschen gibt, die damit nicht umgehen können. Denn er sagt ganz klar, ja Leute, ich habe das Schiff gebaut, weil ich damit Geld verdienen wollte, um mich dann zur Ruhe zu setzen. Das ist der einzige Grund. Ich wollte kein Held werden. Ich wollte nicht berühmt werden. Ich will Geld haben, um meine Ruhe zu haben. Er wollte nie zu den Sternen fliegen. Er wollte nicht die Geschichte vorantreiben. Er wollte einfach Geld, um für sich selbst in Frieden zu sein. Wir kommen zurück auf die Enterprise. Und wir haben Picard, der Lilly jetzt durchs Schiff führt. Wie gesagt, gespielt von Elfie Woodard, die Lilly, die er vielleicht als Paris aus der Serie C, Reich der Blinden kennt. Und Picard erzählt hier so ein bisschen von der Zukunft. Wobei man ja sagen muss, eigentlich ist das doch, ist das nicht sogar ein Verstoß gegen die oberste Direktive? Zwei Menschen aus der Vergangenheit nichts über die Zukunft erzählen sollte? Oder gilt das nur für ihre eigene Zukunft und nicht für die allgemeine? Die beiden passieren dann eine Gruppe von Borg, weil Picard gesagt, solange wir nicht auf uns aufmerksam machen, die als Gefahr wirken, lassen sie uns auch gehen. Aber irgendwie holen sie doch die Aufmerksamkeit und flichten dann aufs Holodeck. Ja, und da deaktiviert Picard die Sicherheitsprotokolle, um die Borg hier zu töten. Denn die werden nicht von selbst auf ihn aufmerksam, sondern der schießt glaube ich einen Borg an, damit er ihnen folgt und will sie dann töten. Und das Ganze im Szenario der Geschichte The Big Goodbye. Und diese Folge, oder diese Geschichte The Big Goodbye, könnt ihr bereits kennen aus der 12. Folge der Next Generation Serie, weil Picard da, die nämlich gespielt hat. Und ja, es wirkt hier langsam, als würde Picard einen persönlichen Drache-Feldzug durchführen. Die schaffen es trotzdem dann über das Holodeck zu flüchten, kehrt zurück, ich glaube, die kehren direkt zurück zur Brücke, ich bin mir nicht ganz sicher. Und es kommt da halt raus, dass die Borg versuchen, die Deflektdurchschüssel in eine Interplex-Boje umzuwandeln. Eine Interplex-Boje kann benutzt werden, um Kommunikationen über Quadranten hinauszuschicken. Das heißt, die könnten dann vom Alpha-Quadranten in den Delta-Quadranten direkt kommunizieren und halt die restlichen Borg rufen. Und das darf natürlich nicht passieren, somit muss das Ganze zerstört werden. Und Picard sagt so, ich mache das selbst, dann kommt Worf noch mit und Hork kommt noch mit, der gespielt wird von Neil McDonough. Und die nehmen halt die Aufgabe jetzt in Angriff, die Boje hier zu deaktivieren, werden dabei von dem Borg angegriffen. Worfs Anzug wird beschädigt, Hawk wird assimiliert. Trotzdem gelingt die Mission, denn Worf kann Picard vor dem Angriff von Hawk nochmal bewahren, ihn davon befreien. Und ja, damit seinen Käpt'n wieder mal retten. Und die können natürlich auch die Reflektorschüssel abstoßen, soweit zu gut. Kommunikation ist nicht mehr möglich. Aber Worf sagt danach, wir haben hier keine Chance mehr, das Ganze zu halten. Und wir sollten die Crew evakuieren und die Enterprise aufgeben. Ja, und das will Picard nicht. Denn hier verwendet sich Picard langsam, aber sicher in Captain Ahab. Er will auf jeden Fall sein Schiff bewahren und er will auf jeden Fall seinen großen weißen Wal, nämlich die Borg, endlich und überhaupt besiegen. Sowohl Worf als auch Crusher sind für die Selbstzerstörung. Picard wehrt sich halt ganz klar dagegen und geht dann in den Ready Room, wo dann Lilly mit ihm spricht, während er seine Waffe reinigt. Auch das ist so ein bisschen Ahab-mäßig. Und Lilly sagt ihm ganz klar, ja, ich sehe, sie sind rein von Rache getrieben und macht dann auch den Vergleich mit Captain Ahab und sagt hier, Picard will halt die Enterprise nicht opfern. Das sagt er dann, weil schon so viel ist an die Borg geopfert worden und es endlich ein Ende haben, muss endlich bezahlen bis für ihre Taten. Das heißt, er ist wirklich komplett von Emotionen getrieben, keinerlei Logik mehr dahinter. Er will, dass sie bezahlen für das, was sie getan haben. Zerstört sogar seine schöne Dekoration und als er dadurch dann zur Ruhe kommt und Lilly gerade gehen will, bringt er an, aus Moby Dick zu zitieren. Und das macht in seinem Kopf so einen Schalter und sagt ihm, Ahab wurde halt nur durch Rache wegen seiner Verstümmelung getrieben, wurde am Ende zerstört, genau wie sein Schiff und er will nicht, dass das seiner Crew genauso passiert und entscheidet sich dann doch für den anderen Weg, nämlich das Aldi Interpretation. das verlassen sollen und entsprechend die Enterprise in den Selbstzerstörungsmodus versetzt wird und er schwingt sogar an seinen Schatten und entschuldigt sich bei Worf für die Anschuldigung nach dem Motto, dass er ein Feigling wäre, die er ihm vorher entgegengeworfen hat. Also da dieser Charakterwechsel, klar in einem sehr kleinen Zeitraum, also es sind vielleicht fünf Minuten, maximal zehn Minuten Erzählung, aber trotzdem logisch erklärt. Man hat es natürlich in der Kürze der Geschichte ein bisschen dahin bewegt, dass man sagt, wir ziehen das nicht ganz so lang, so machen das in einem kleineren Zeitraum. Ja, auf der Erde sind wir wieder zurück, der erste Flug der Phoenix in die Stadt. Cochrane, Riker und Geordi sind an Bord. Cochrane ist total begeistert, dass er dann den Blick auf die Erde sieht. Das hat man ja schon öfter von Leuten in der Raumfahrt gehört, dass es so erhaben sein soll, die Erde von oben zu sehen. Und das ist auch der Moment, wo er halt so ein bisschen ungestimmt wird, dass seine Position der Geschichte vielleicht doch wichtiger ist, als er gedacht hat. Und dass er die Rolle auch annehmen möchte. Und damit kommen wir dann ins Finale des Films schon sehr weit fortgeschritten. Der PK lässt die Enterprise eliminieren, er gibt Lilly Befehle für die anderen mit. Sie fragt ihn, warum er nicht mitkommt. Er sagt, ich muss auch mein letztes Kuhmitglied, er will Data jetzt befreien. Und damit macht er sich auf den Weg, trifft auf die Borgqueen und erinnert sich sogar an diese und dachte immer, sie wäre tot. Und will dann auch Data quasi gegen sich selber eintauschen, aber Data scheint das nicht zu wollen. Er übernimmt jetzt die kompletten Schiffskontrollen, stellt sich quasi auf die Seite der Borgqueen und feuert auf die Phoenix, die natürlich noch im Orbit fliegt. Und die Borgqueen ist natürlich jetzt überzeugt, ist auf ihrer Seite, das ist hier so lange, bis sie sieht, dass die Schütze an der Phoenix vorbeigehen und Data ein doppeltes Spiel gespielt hat und mit dem Zitat Widerstand ist zwecklos, den Plasma-Kühltank zerschlägt und somit die Kühlflüssigkeit, die alles Organische zersetzt, in die Enterprise fließen lässt. Dementsprechend muss der PK erstmal nach oben fliehen und alle Borg stürzen in diese Plasma-Flüssigkeit. Data genauso, PK schafft es, die dann irgendwann abzulassen. Ja, und Data hat vorher nochmal ein sagen wir mal zusammenspürter Borgqueen und zerreißt sie dann final, also reißt sie erstmal wieder in den Tod, weil sie sich am PK geklammert hat und am Ende ist es dann PK, der das Gerippe der Borgqueen, was so ein bisschen aussieht wie ein Terminator, noch einmal nimmt und das Rückgrat zerbricht mit der Hoffnung, dass sie nie wieder wiederkehren wird. Data wird dann nochmal ein bisschen sentimental, sagt er einen Teil von ihm tut der Tod der Borgqueen weh und er hat auch wenige Zeit gezögert, ob er vielleicht doch sich hier anschließen soll und als PK fragt er wie lange denn, dann meinte er 0,68 Sekunden für einen Androiden eine Ewigkeit. Damit wurden die Borg auf der Enterprise quasi besiegt und wir gehen einmal zum ersten Kontakt, der da wirklich stattfindet. Damit schließen wir den Kreis zu Beginn dieses Monats. Wir haben das Voice-Over von PK, der quasi die Geschichte erzählt. Wir sehen den ersten Kontakt im vollen Umfang, das heißt wir sehen wie die Vulkaner mit ihrem Schiff landen, wir sehen wie sie in Empfang genommen werden und wir hören das erste Mal ihren, ich nenne es jetzt mal Slogan und zwar hören wir ja lebe lang und erfolgreich. Das ist eigentlich die wörtlichere Übersetzung von dem was die im Vulkanischen sagen und deswegen wurde das hier so gewählt. Die Enterprise ist währenddessen hinter dem Mond versteckt, weil er durch seine einzigartigen Eigenschaften ihre Signatur verbirgt und danach nachdem sie hier wirklich die Vergangenheit gerettet haben, die Enterprise gerettet haben und PK auch in gewissen Maßen sich selbst gerettet hat, kehren sie dann wieder zurück in ihre Zeit und zwar können sie jetzt durch die zeitreichende Zeitreisetechnologie der Borg ein eigenes Warp-Feld aufbauen, was dann entsprechend diese Zeitreise ermöglicht wieder in ihre Zeit und hier frage ich mich dann, wie haben wir die Technologie, warum will die später nie wieder relevant, hat man die rausgenommen, weil die zu stark war, man weiß es nicht, irgendeinen Grund würde es gegeben haben. Merkt, ich habe den Film jetzt wirklich in die Tiefe beschrieben, es ist einer der Filme, den ich, ich glaube, mindestens jedes Jahr einmal gucke, weil er hat so vieles, er hat das typische Star Trek Feeling, ja, wir haben also etwas, was wir erforschen müssen, wir müssen herausfinden, wie man das Schiff repariert, wir müssen erforschen, wie wir die Borg bekämpfen können und und und. Wir haben eine Kuh, die breit aufgestellt ist und wo viele von was zu tun haben. Wir haben einen wichtigen Teil für Geordi und sein Team, die halt die Vergangenheit durch ihre technische Hilfe retten müssen. Wir haben eine Wichtigkeit für Picard und Worf, die eine eigene Dynamik untereinander kriegen und die halt die Zukunft retten müssen, indem sie die Borg bekämpfen und so weiter. Das heißt, wir haben viele Figuren aus der Crew, die was zu erzählen kriegen. Wir haben auch welche, die zu kurz kommen, also eine Diana Troy, eine Dr. Kasia und so weiter. Aber auch ein Data kriegt ja seine Geschichte, wo er quasi überlegen muss, sich selbst zu retten, ja, entweder sich selbst in der Verstrecke zu ergeben und zu dem Borg dazu zu hören oder sich selbst zu retten als Individuum und weiter zu existieren. Auch diese Erzählung gefällt mir sehr gut. Und wie gesagt, da ich eh ein Horror-Fan bin, gefällt mir auch der Horror-Auspekt, mit diesen Five-Zombies, nenne ich sie jetzt mal, die wir hier haben, mit den kleinen Horror-Szenen, wo man das Böse erst nicht sieht, wo man viel mit Musik arbeitet, viel mit Dunkelheit arbeitet. Sehr typische Horror-Themen, gerade aus den 90ern. Ja, und auch die gesamte Auflösung mit Happy End, mit allem Drum und Dran. Das ist halt meine Art von Film, wie ich es gerne mag. Ja, und jetzt würde mich interessieren, wie ist das denn bei euch? Hat er euch gefallen? Interessieren euch denn eigentlich überhaupt die Retro-Filme? Wenn ihr sagt, mehr Retro-Filme, dann, egal wo ihr das Ganze hört, geht dann mal kurz auf YouTube unter das Video und schreibt mir unten drunter Retro-Ja in einem Wort. Das Wort Retro und Ja hinten dran, damit ich weiß, dass ihr Spaß an den Retro-Filmen habt und mehr davon hören möchtet. und damit verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank, dass ihr dazu gehört habt und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt Just Bring It, der Nerd Podcast. Das ist Dage Kranjohns und ihr wisst zu Just Bring It, The Nerd Podcast. Das ist Dage Kranjohns Dage Kranjohns Dage Kranjohns